Es geht um ein Klassentreffen, und zwar um das Klassentreffen von Jennerweins eigener Klasse, zu dem er schon seit Jahren nicht mehr hingeht, an sich nie, weil ihn die alle sehr, sehr nerven. Und die Klassenkameraden sind aber wohl in etwas verwickelt, wo er sie wieder rausholen muss. Es geht wieder um Berge, also die Gefahr droht aus den Bergen, die kommt aus den Bergen und wird auch da wieder besiegt. Und es ist das Team von Jennerweinen, das bewährte Team, das da zugreift. Sonst wäre dieser Fall auch nicht zu lösen. Wir fliegen ran und verschaffen uns einen Überblick, sagte Jennerwein. Dann versuchen wir eine Kontaktaufnahme. Sie wollen das dem SEK überlassen, sagte Stengele. Die Zeit haben wir nicht. Ich habe schon mit Kommandant Schimowitz gesprochen. Das SEK und die Bergwacht sind unterwegs. Ich werde versuchen, dem Geiselnehmer die aussichtslose Situation vor Augen zu führen. Wenn er ein Profi ist, wird er aufgeben. Wenn er ein Profi wäre, er hätte den ganzen Scheiß gar nicht erst angefangen, raunzte Stengele. Wer heutzutage noch sowas versucht, der ist ein größenwahnsinniger Selbstmörder. Ich glaube, dass da etwas anderes dahinter steckt als ein größenwahnsinniger Selbstmörder. Die Gebirgskette war schon zu sehen. Der Helikopter zog einen Schleifer und jetzt konnte Jennerwein durchs Ferngas das Gipfelkreuz des Kramers orten. Er stellte schärfer. Am Boden des Gipfelplateaus lagen 13 Personen, alle in bunter Bergkleidung, vollkommen bewegungslos. »Fliegen Sie näher hin«, sagte Jennerwein. Niemand regte sich dort unten. Niemand winkte, niemand schien den näher kommenden Hubschrauber zu bemerken. »Die sind alle tot«, rief der Pilot entsetzt. »Das könnte auch eine Falle sein«, gab Stengele zu bedenken. Jennerwein konnte durchs Ferngas bereits einige insektenartige Essekaler erkennen, die den Steilhang zum Gipfel hoch robbten. Die Geiseln lagen mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Alle waren mit einem Arm am Boden fixiert. Die metallisch schimmernden Handschellen hoben sich vom Felsgestein ab. »Fliegen Sie noch näher ran«, schrie Jennerwein, »zuerst zur Steilwand. Ich will sicher gehen, dass dort niemand absteigt. Dann ziehen Sie hoch. Bleiben über dem Plateau stehen und lassen mich runter. »Chef, wollen Sie das wirklich riskieren«, rief Stengele, »wollen wir nicht erst über Lautsprecher?« »Nein, Stengele, die Lautsprecheransage machen Sie, während ich absteige. Wenn der Geiselnehmer sich noch bei der Gruppe befinden würde, hätte er sich längst bemerkbar gemacht. Geben Sie mir Deckung.« Der Abstieg in die Hölle begann. Ich denke mir auch nicht, dass da böse Anrufe kommen. Ein paar habe ich geschildert, aber ich neige immer dazu, Figuren zu mischen. Also ich mache jetzt nicht eins zu eins so einen Schlüsselroman, oder dass der jetzt sagt, Mensch, das bin ja ich. Das glaube ich droht sowieso nicht. Es gibt einen, der ganz an der Spitze steht und da kommt lange nichts, und dann kommen erst andere. Es ist die Frage, Hubertus Jennerwein und Maria Schmalfuß, wann läuft da endlich was? Und das habe ich am Anfang gar nicht so mit einberechnet, und jetzt lasse ich das so ein bisschen köcheln. Also ich habe dem ein bisschen nachgegeben, aber homöopathisch gering. Da kommt pro Roman eine Halbszene vor, wo man sich denken könnte, dass da was irgendwie sich entwickelt. Aber dann wird das natürlich durch die Ermittlungen sofort wieder zerstört oder so. Und da ist es tatsächlich so, dass ich auch Zuschriften bekomme, wie man das machen könnte. Und dann gibt es noch etwas Zweites. Ich habe ja im ersten Roman dieses Ehepaar Grasegger eingeführt, kriminelles Bestattungsunternehmer-Ehepaar. Und die mussten ja dann, das sind ja die Bösen, die mussten bestraft werden. Um ein Haar hätte ich die sogar sterben lassen. Das wäre ein böser Fehler gewesen. Und das ist tatsächlich eine Forderung, bitte die wollen wir wieder mal lesen und die wollen wir wieder mal hören. Dem Wunsch bin ich nachgegangen, weil das interessiert mich selber. Sie fielen natürlich auf, die beiden urwüchsigen und beleibten Trachtenjankerträger, inmitten all der dürren Krischperl von Studenten. Bald schlurfte ein kleines, verhutzeltes Männchen an den Lesetisch, das sich als Professor Hartmut Kling vorstellte. »Mir ist aufgefallen«, hauchte er im Bibliotheksflüstermodus, »dass Sie sich für mittelalterliche bayerische Geschichte interessieren. Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen, dann kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein. Es ist mein Spezialgebiet.« »Das trifft sich gut«, zischelte Orsel zurück. »Wir suchen nach einem Vertrag, der 1294 zwischen Bischof Emicho von Freising und dem deutschen König Adolf bezüglich des Werdenfässer Landes geschlossen worden ist.« Professor Kling musterte die beiden. »Sie schienen ihm vertrauenswürdig zu sein.« »Belgen Sie mir«, »wohin?« »Waren Sie schon mal in der Handschriftenabteilung?« »Ist P